Ein Lifestyle-Based Career Planning, so war das genau, ein Lifestyle-Based Career Planning. Das war ein guter Begriff eigentlich, ja. Ja, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, also sozusagen, wie soll dein Leben eigentlich ausschauen und richte danach sozusagen deinen Karriereplan aus. Und das fand ich sehr gut eigentlich, weil das einfach mit einbezieht, diese Gefahr, die so aufgegeben ist. Du steckst da in diesem Doing drinnen und kommst aus dem nicht so recht heraus, aus diesem Strudel und strudelst dich dahin und strudelst vielleicht sogar sehr erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz wachst du dann irgendwann auf und fragst dich dann, ob das jetzt eigentlich das ist, was du erreichen wolltest. Und vielleicht hast du technisch gesehen extrem viel erreicht, also bist zum Beispiel die Karriereleiter emporgeklommen. Aber es passt dir einfach nicht mit dem, was du an Erwartungen hattest an deinem Leben, vielleicht was du dir über Familie gedacht hast oder gehofft hast zu erreichen. Und das ist dann ein Problem, wenn das nicht zusammenpasst.